hallo meine lieben zuschauer abonnenten ich kann es eben gerade nicht fassen ich bin gerade so sprachlos und habe jetzt gerade versucht in eile irgendwie ein kleines dankeschön video für euch zu machen denn mein kanal hat jetzt 500 abonnenten ich kann es noch nicht wirklich fassen und ich bin wirklich wirklich sprachlos und dankbar ich kann es nicht lassen dass ich das irgendwann mal irgend oder irgendwie mal schaffen könnte oder ich es irgendwie irgendwann mal geschafft hätte ich merke gerade ich bin ein wenig ja durcheinander und aufgewühlt weil ich gerade so verdammt baff bin was in letzter zeit auf meinem kanal los gewesen ist heute vielen vielen dank für die ganzen abos ihr seid wirklich die besten und ich hoffe dieses wenn auch nur ich sag es jetzt mal hingeklatschte video vielleicht nicht das ist was ihr erwartet ich bin halt in sachen wie video bearbeitung halt teilweise bisher gut mit obs kenne ich mich aus mit video produktion und verarbeitung und so weiter da bin ich noch hinterher ich hoffe dass ich es irgendwann mal schaffe ein vernünftiges video richtig zu bearbeiten aber ich möchte trotzdem an dieser stelle einfach nur danke sagen danke für die ganzen abos danke für die kommentare danke für die likes ihr seid wirklich die besten vielen vielen dank euer juichen